Wenn du dein Kind wirst hinbärschen, hat er ab deiner Schautsäten und da sein Kopf nachher bin und da der Lapp von seinem Tierfleisch fährt. Sie sagen, dass der Barsch auch an der Tierfleisch steht und da ein kleiner Kölsch bärschen. Wollt du wie von den Tieren aufbärschen? Plagg Plagg ist dort, wort du an die Tieren anbärkt. Plagg ist verfüllte Tieren. Wir wollen nicht verfüllte Tieren haben. Wovie Mal darf ich Barschen? Twee Mal. Wir dürfen zu Marius Barschen und zu Obers Barschen. Barsch deine Tieren, eier du schlupen dies. Sie sagen, dort ist das letzte Ding, wort du das, eier du im Baden ankrebst. Dort meint man, du die hast Tieren gebärscht, nisch mehr eten und nisch mehr drinken. Wir wollen schön eten oder drinktig und die Tieren luten zum Schlupen gönnen. Du nisch verjerten, die Tung ökter Barschen. Da macht der Tierenseib ütgespürt und der Müll ütgespürt. Gev den Tieren der Gelegenheit, zahl seine Tieren zu Barschen. Mit dem Tieren, der Tieren, der Tieren, der Tieren, der Tieren, der Tieren, der Dental Floss. Chin up! Das nimmt dort Pläck von Taschen der Tieren. Mir stehen naht, die Känger gleichen dort nicht, wann ihre Tieren seien gebarscht. Wird noch mal haupt, dass die Tieren ein Ding zum Spielen geben oder ein Leitsingen. Die würden auch keine Worte denken, wort ihr interessiert. Wenn die Meier wollen warten, die kann der Chatham-Kent Public Health Unit phoneen. Fondsnummer 1 519 345 1071 extension 5700.